Worum geht's bei dem Job? Wir werden Ihr ganzes Atomprogramm zerstören. Einmeldung, der iranische Atomreaktor wurde von der CIA sabotiert. Sie wissen von uns, wir rücken in 15 Minuten ab. Der Exfiltrationspunkt, eine alte CIA-Basis in Kandahar. Ich will nur nach Hause. Ich werde Dich begleiten. Die Entfernung ist nicht das Hauptproblem, sondern das Dazwischen. Sie jagen sogar meine Leute und verkaufen sie an den Meistbietenden. Niemand wird uns helfen. Wir müssen nach Kandahar. Schnell, weiter! Schnell, weiter! Untertitelung des ZDF, 2020